Ja Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist mein Lieblings-Homeboy-SK-Schein-Youtube, meine Freunde. Ja, es freut mich dabei zu sein zu diesem Video. Aua, diese Wächelklammer tut weh. Tobi noch nicht. Meine Freunde, ihr seht nämlich gerade, dass Tobi auch hier eine Felsklammer hat. Und wir haben hier eine Menge Wächelklammern, meine Freunde. Genau genommen habe ich hier 50 Wächelklammern. Wir machen nämlich heute eine kleine Challenge. Und zwar gibt jeder Kill eine Wächelklammer ins Gesicht, meine Freunde. In der zweiten Runde spielen wir sogar jeder Kill zwei Wächelklammern ins Gesicht. Das wird auf jeden Fall eine extrem schmerzhafte Challenge. Ich würde sagen, meine Freunde, wir können direkt rein starten. Wenn ich aber noch ganz kurz etwas erwähnen darf. Und zwar der Creator-Code Revenzeit, den ihr hier oben beim Spind- bzw. beim Itemshop eintragen könnt. Unterstützer einen Creator. Revenzeit annehmen. Perfekt. Ihr tut mir damit Gutes und könnt extrem geile Skins für das gleiche Geld kaufen, weil ich verdiene dabei. Man, tut mir aber einen Gefallen. Es ist Januar, ich muss Miete bezahlen. So, Leute, wir fangen direkt an. Das Konzept ist denkbar einfach. Tobi, es werden hier keine Kills gestealt, mein Freund. Doch. Digga, ich muss jetzt in dieser Challenge Kills stealen, weil es geht hier um mein Leben. Und es ist tot. Tobi, ich habe auch schon eigentlich überlegt, dass hinlänglich bekannt ist, dass du der bessere Spieler von uns beiden bist. Das muss ich jetzt einfach an der Stelle mal sagen. Mann, hör auf mit deinen Augen. Reven, ich gehe gleich auf. Tobi, ich gehe ab. Ich gehe auf. Es ist kein Roleplay, es ist Emot-Play. Hallo? Ja, ich habe schon überlegt, dass ich Tobi eigentlich bei jedem Kill, den ich mache, vier Wäsche-Klammer ins Gesicht mache, weil ich wahrscheinlich nur zwei Kills mache. Ihr glaubt gar nicht, meine Freunde, wie der Amazon-Lieferant geguckt hat. Er weiß ja gar nicht, was in meinem Karton drin ist. Was heißt hier eigentlich? Wir gehen nach Play Sand Park. Ja, das stimmt. Der hat gehört und der guckt auch gerade mal ein Video. Hallo? Leute, ich habe eine extra Wäsche-Klammer bestellt. Gut, ja, ich brauche sie auch zu Hause, aber jetzt kann ich es immerhin von der Steuer absetzen. Ist ja auch ganz nice, Junge. Hast du echt? Natürlich habt ihr ja für einen Video benutzt. Steuerberater muss ich wirklich, aber nur die, die ich benutzt habe, also die zehn Stück, weil du maximal fünf Kills machen wirst in der Runde gleich. Tja, Anfänger, Versager, Loser, Miau! Okay, wir landen hier vorne beim Haus. Tobi, es geht trotzdem darum, dass wir uns gegenseitig aufheben und so weiter und so fort. Man darf den anderen nicht einfach liegen lassen und so ein Kram. Wir landen hier bei dem Haus nebenan, Tobi, komm. Hä, da sind doch voll viele. Nein. Au, doch! Ich habe auch keine Waffe, muss ich ehrlich sagen. Ich schon. Nate! Ich bin gleich down. Hilfe, ich auch. Wo bist du? Ich habe ihn gekillt! Ich habe ihn gekillt! Okay, warte, ganz kurz laufen mit der Wäscherklammer. Alter, mit Nades! Ich habe ihn mit Nades gekillt, ich bin eine Maschine. Tobi? Nein! Ist er auch meiner? Über dir, über dir. Er finischt mich. Hinter dir! Da ist er doch! Rivi, kill ihn! Du musst ihn töten, bitte! Ich hatte einen AP, der hat mir einen Headshot gegeben, der F***-Sohn! Eine drauf, Wäscheklammer. Hast du einen Kill? Nein. Pfade, ne? Jetzt musst du eine Wäscheklammer drauf machen. Okay, wo kann ich die hinmachen? Ähm, du machst es bitte an die Lippe. Einfach an die Oberlippe. Ja, Oberlippe! Ja, super. Stark. Au! Was machst du da? Kann sein, dass du Wäscheklammern in deinem Gesicht hast? Kann sein, ja. Könnte sein, eventuell. Darf ich fragen, wieso? Können wir tilted landen? Ich hatte nur eine Scheißwaffe, Alter. Ich hatte nur Nades und habe den Gegner mitgekillt. Ja, und ich habe daneben geschossen. Es passiert halt mal. Was ist das daneben geschossen? Daneben! Es tut so weh. Wie so besoffener. Je mehr ich rede. Ich kann, wenn ich schnell rede, tut es richtig weh. Weil ich sehe so, aua, die geht ab. Die schraubt mein Zahnfleisch auf, Junge. Au, nicht, dass sie irgendeine Kange gekriegt. Kannst du mal bitte normal reden? Das ist echt unhöflich. Ich gebe mir Mühe, okay? Was? Ich gebe mir Mühe, okay? Das ist echt so schön, den Mund frei zu haben. Ich habe es jetzt aber nicht in der Oberlippe. Ich habe es in der Seite. Weil Oberlippe, da kann ich gar nicht reden. Hä? Hab ihn! Oh nein! Der ist noch in deinem Haus, Achtung! Aaaaaah! Hab ihn, hab ihn! Wäscheklammern, ne? Ja, aber... Nase! Was? Nase! Ich muss auch noch eine Chance! Aua, wie tue ich die an die Nase? Ah! Alter, wohin auf die Nase? Nase. Oh, ich weine jetzt. Guck mal, man sieht meine Tränen hoffentlich. Ich weine. Nein! Die haben sich weg! Ja! Hab einen Kill! Nein! Hab einen Kill! Oberlippe! Was? Oberlippe! Kannst du auch nicht so zu zeigen? Oberlippe! Alter! Aua! Ich muss... Aua, es tut echt weh, Rewi. Wie sieht es eigentlich aus? Oh, das sieht super aus. Oh, ist das ein Gegner? Wo? Nein, es war es, aber ich darf nicht lachen. Jedes Lachen ist eine Qual. Aua, ich muss das an der Nase echt anders machen, Alter. Nein! Hör auf! Nein! Du M*** gewonnen, Alter! M***er! Äh, Dinger, die Frage ist, ich weiß nicht, wo die Wäsche klauen. Ach ja, stimmt! Aua! Weil, sieht man das in der Cam, wie... Alter! Ich hab übelst den Abdruck auf der Nase. To, ich kann nicht hier, bitte. Sterben, Alter, schnell, schnell! Nein, ich will nicht sterben. Ich kill jetzt ganz viel Gegner. To, es tut so her, bitte. Äh, ja! Nein! Nichts, ja! 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 Wohin? Ähm, Oberlippel. Oh Gott. Nein, 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 nein! Wohin? Wohin? Oberlippel. Oberlippel ist voll! Dann Unterlippel. Es geht nicht, Lippel ist... Nein! Oh, mach Wackel, die rechte, die andere. Du machst jetzt, bis wir in der nächsten Runde wussten, Ich mach auch. Oh, es tut so weh. To, ich habe den ganzen Runde ist toll. Ich halte dich hier aus, ehrlich. Ich halte dich hier aus. Äh, 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 komm, bis wir in der Lobby sind, komm. Ah, es tut so weh. Digga, meine Lippe. Kann ich auch machen, kann ich auch machen? In der Lobby. Oh! Oh, weißt du? Okay, wir machen ab, komm. Ich bin lockt! Ey, es ist so... Nein, es ist so lächerlich, Mann. Es ist so lächerlich. Ist der low? Nee, der hat den Schild oder so. Eine Wächterklammer? Ach, weil, wohin? Arschloch. Okay, warte. Kobi? Warte. Oh, 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 die Wäsche kamen. Nein, 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 nein. Ich würde sagen, ähm, Nase. Alter, man sieht die Flecken hier so. Na, Digga, du weißt, dass Nase mega wehtut. Nee, mega geil ist. Wie viel Leben hat mir denn? Wie viel Leben hat der dann? 100 Schilds! Mann, es kann doch nicht sein, dass ich keine Pumpgun hab, nichts, Alter. Hä, ich hatte ne Pumpgun bei dem Kill davor. Wo? Wo war da eine? Die am Boden. Ja, kann ich ja nicht wissen. Sag mir das halt. Ja, kannst du da Augen aufmachen. Lass die Wäsche zusammen. Zum Glück haben wir die jetzt tot, ne? Die zwei. So, du hast jetzt drei Wäsche kamen, die du hinmachen musst. Und zwar machst du eine dir... Digga, ich hatte echt den Schocken. Eine machst du dir an den Hals. An den Hals? Bist du gestört? Ja, damit es aussehen wie ein Clutch-Fleck. Weißt du, was ich meine? Einfach so unten. Hast du? Warte mal, ich will ja auch looten. Nein, du, mach jetzt. Sonst zögerst du die Zeit raus. Ja? Ja, mach jetzt. Wohin? Hals und Oberlippe und hier, also Stirn, wo wir es immer hatten. Mach jetzt und hör auf zu looten. Hals. Wohin noch? Oberlippe. Ja. Und Stirn. Hals tut so weh. Ich kann Hals nicht aushalten. Doch. Aushalsen. Du hast zwei goldene Skars, du kriegst keine davon. Echt jetzt? Ja. Ich habe auch eine, keine Angst. Hast du wirklich? Nee. Aber schön jetzt ohne Wäscheklammern so im Gesicht. Ich glaube, da habe ich lieber keine Wäscheklammern als eine Skar, ne? So. Oh, da habe ich was Heftiges gefunden. Tobi, das am Hals geht wirklich nicht. Das geht nicht klar. Doch, du musst jetzt aushalten. Digga, weißt du, wie sehr mir meine Nase wehgetan hat? Ich habe fast geweint. Am Hals ist nicht schlimm. Ich habe echt nur Kackluten hier, ne? Ich habe zwei goldene Skars. Echt jetzt? Ja, wirklich. Okay, dann werde ich aber auch nicht helfen, wenn du im Kampf bist. Egal. Ich spiele jetzt alleine. Okay. Ja, lass echt alleine spielen, dann ist, glaube ich, alles viel besser. Merkst du es, dass du gerade nicht mehr so auf Spaß aus bist, sondern einfach nur auf Mad bist? Ich finde schön, dass du eine wichtige Sache vergessen hast. Hä? Nichts. Was denn? Egal. Sag. Nein. Sag doch jetzt. Sag ich nicht. Sag jetzt. Nein. Digga, du darfst die im Hals nicht wegmachen. Ne, weiß ich. Und auch nicht ändern. Ne, ne, alles gut. Aber du hast halt eine wichtige Sache vergessen. Aber ich sage doch so nichts. Sind sie Psychospielchen oder? Nein, du hast einfach was vergessen. Was habe ich denn vergessen? Naja, egal. Digga, du machst mich gar so aggressiv. Oh, das ist ein Slurp. Warte, ich trinke den lieber kurz, bevor du ihn bekommst. Ich habe zwei goldene Skars und das Slurp einfach gerade genommen, damit du ihn nicht bekommst. Du bist echt ehrenlos. Ne. Doch. Dir helfe ich gar nicht mehr, Digga. Das kannst du vergessen. Ich mache jetzt die Gegner auf mich aufmerksam. Ja, ist ja okay. Gut, dass du eine Sache vergessen hast. Halt die Fresse und hör auf, Psychospielchen zu machen. Ich mache keine Psychospiele. Du musst am Ende der Runde dich richtig aufregen. Warum? Ja, weil du das vergessen hast. Ich habe nichts vergessen. Doch. Guck mal, wie du auch full schilderst. Du bist echt der Ehrenloseste, den ich kenne, Alter. Ja und? Du hast was vergessen. Halt deinen Maul jetzt. Ich rede jetzt gar nicht mehr mit dir. Oh, ist ein Gegner bei dir. Ne. Doch. Ne. Doch. Oh. Ja, komm. Ah, da dachtest du. Ne, ich bin auch weitergelaufen. Aber du mit dir am Hals tut so weh. Boah, du hast doch was vergessen. Ne, du. Ich nicht. Dann tut dir halt weh. Ist mir auch egal. Wie geht's dir? Halt die Fresse. Ich bin halt gar nicht in Laune, dass ich irgendwas sage, Alter. Ich bin halt irgendwie mad einfach. Ich will einfach nur noch Kills machen. Was? Ach so. Du musst zwei machen, Digga. Das ist die doppelte Round. Komm, mach da drei Stück drauf. Aber die kann ich nicht mehr ausprobieren. Ja. Ja, ja, suchst du dir aus. Ja. Oh Gott. Ah, stimmt, Alter. Danke. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ja, ja. Aber ich hab da was vergessen, ne? Ich vergesse nichts, Alter. Wo hast du jetzt hin? Sag ich dir nicht. Du musst die aber drauf haben, ne? Und nicht in den Haaren oder so. Warte mal, bitte nicht auf die schießen. Hör doch mal auf, du Huppensohn. Bitte nicht auf die schießen. Das ist echt. Ja. Ich hab ihn doch. Nochmal zwei Stück. Und nochmal zwei Stück. Hast du deine Mutter? Nee, Digga. Ich lock mich jetzt raus, Alter. Nein. 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 Ich hab ihn doch nicht auf, du Huppensohn. 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 Ich hab ihn doch nicht auf. Vielen Dank.